Am 16.10. war Tag der Schulverpflegung. Diese Chance ergriff die Klasse 8a unter der Leitung von Christian Wenzel und fabrizierte den ersten CSG-Mensersohn. Wir tun eine Affe, Birne, sind gut für die Gehirne. Jeden Tag ein Kilo, Frau, ist Bock für uns, der Junge auch. Wir hatten nur den Insel, wir bringen uns zum Winzen. Die Regeln liegt an der Augen, da bin ich mehr satt. Das ist in unserer Schule, das ist so unter uns. Jeden Tag, was anklautest du, dann auch noch bist du los. Die Stimmung hier ist gut aus und alles schmeckt man los. Die Mensa, die am CSG, ist einfach an die Urs. Manchmal gibt es Ohrleis, die sind so süß und weich. Streuze für Luft, viele Sorten, die will jeder klein. Die Monats haben Löcher, da kann man von uns nicht sehen. Die Schenken einfach Superländer, alle müssen stark geschehen. Das ist in unserer Schule, das ist so unter uns. Jeden Tag, was anderes und dann auch noch gesund. Die Schenken, die in Zugang und alle stehen von uns. Die Mensa, die am CSG, ist einfach an die Urs. Das ist in unserer Schule, das ist so unter uns. Jeden Tag, was anklautest du, dann auch noch gesund. Die Stimmung hier ist gut aus und alles steckt man los. Die Mensa, die am CSG, ist einfach an die Urs. Die Mensa, die am CSG, ist einfach an die Urs. Das ist einfach an die Urs. Die Urs! Die Glass auf cuenta.